Warum sitze ich dann hier mit dir? Würdest du die Güte haben, mir das zu erklären? Weil du quatschen willst. Wie bitte? Also sag mir einfach, ich bin geflohen, weil... Freiheit! Unsere, die Geschichte unseres Volkes! Die Geschichte kann mich machen, ich war auf dem Ball hoch! Bestimmt keine von hier. Von hier? Du bist doch glücklich, nicht wahr? Komm, sag schon, dass du glücklich bist! Schüttel mich, dich zu! Hat und hat nichts. Was ist hier die Frage? Ich bin nicht irgendwo hingeflogen. Ich bin vor etwas geflogen. Zugegeben, eine außergewöhnliche geistige Leistung. Bedeutung! Hör auf! War's nicht so! Der General hat salutiert und sie haben dir zu Ehren ein Feuerwerk abgebrannt. Dann soll doch hier brennen, oder? Sie gehen in den ersten Stock. Die Schleuchte Die Schleuchte Die Schleuchte Vielen Dank.